Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zu einem weiteren Video von mir. Ich bin aus dem Urlaub zurück und bin heute das erste Mal unterwegs. Es sei schwer, ein Eisfeld zu finden. Ich habe eins gefunden. Ich hoffe, ihr geht was. Ja, ihr seid auf jeden Fall live mit dabei. Vorab möchte ich meinen Sponsor grüßen, den Jochen Reifenrad mit seinem Shop www.abenteuer-shot.de. Hallo Jochen, danke für das ständige Sponsoring. Ja, jetzt werde ich euch gleich sofort mit in diesem Anschluss an die Einstellung meiner Decker-Sport. Vorab, wie alle wissen, oder die es noch nicht wissen, die Schlaufe mit dem XP-DOS 2 mit der 22,8 cm großen Serienspule. Ja, meine Software ist noch, wie zuvor, die V0.7.1. Ja, nach dem Intro sehen wir uns wieder bei den Einstellern. Also, dann bis gleich. So, dann sind wir wieder. So, ich starte den Detektor. Wir seien mit dabei. Hier können wir sehen, hier ist noch die 0.7.1 drauf. So, heute laufe ich mit Kopfhörer und Lautsprecher, hoffe ich mal. So, wir haben alles da. Mein Ackerprogramm habe ich generiert mit dem Werksprogramm. Ja, jetzt fällt mir da den ein, ihr wisst es aber schon. Ja, das Ackerprogramm. Ähm, dann gehen wir doch mal ins Menü. So, Disc Camerau 5.0, den lasse ich auch so. Die Sparteinstellung mit 3 Ton. Expert habe ich gesetzt, äh, bis, äh, den Ton auf 100 Kilohertz, den ersten Ton, also für Eisen. Den zweiten auf 470 für alles, was jetzt im Alu-Bereich bis kleine Bronze geht. Und 862 für alle Edelmetalle ab großen Bronzen- und Silberzeilen. So, dann gehen wir weiter. Kronkorken ist raus, Notch ist off. Den Bodenfilter auf 1. Ja, wie gesagt, Disc auf 5. Sensitive auf 96. Frequenzweiche auf 3. Die Reaktion, äh, Eisenlautstärke auf 1. Also deswegen auf 1, dass ich immer noch eine Anzeige habe, wenn ein kleines, äh, Buntmetall oder ein Eisenteil nebeneinander liegen, dann ich da einen Wichton noch erhalte. Die Reaktion zeigt auf 2, weil eben der Deus 2 schneller ist als der Deus 1. So, Signalverstärkung 4. Hiermit kriege ich noch angezeigt, ob ein Pfund tief liegt oder an der Oberfläche. Wenn ihr einen höher setzt, habt ihr natürlich klar eine bessere Anzeige. Aber ihr könnt nicht mehr unterscheiden, ob er tief oder am Boden oder an der Oberfläche liegt. So, die Ground Balance nehme ich euch jetzt mit. Die machen wir über den Pinpointer Button. Dazu drückt man den Pinpointer Button und führt die Spule 30 cm vom Boden auf und abwärts hin und her. Bis das der Ton einigermaßen weg ist. Also hier habe ich einen Ausgleich von 82. So, ich hoffe, das sollte reichen. Wir sehen uns gleich beim ersten Signal wieder. Drückt mir die Daumen, dass ich heute ein paar schöne Runde für euch mache. Bis dahin. Tschüss. So, Freunde. Hier sind wir bei meinem ersten Signal. Es ist ein 78er. Ziemlich laut. Ich hoffe, ihr könnt das gut hören. So, ich zeige euch auch nochmal. 78er. Und ich bin noch bestimmt 50 Meter von der Stelle entfernt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es Dreckwand ist. Tief kann es nicht sein. So, ist in dem Ausgub drin. Und da haben wir es. Ach ja, okay. Ich weiß schon, was es ist. Oder? Oder so am Sprech. Nee, doch. Eine kleine Schuhschnalle. Aber wirklich eine ganz kleine. Könnt ihr sehen. Ja, hoffen wir, dass sie auch ein bisschen. Ja, ich denke mal so. Die wird aus dem 18. Jahrhundert sein. Und weg ist sie. Nochmal für euch. Hinter im geeinigten Zustand. Will ich es euch auch zeigen. Aber. Moment. Ich muss mal erst mal wegpacken hier. Man ist besser als ein Granatensplitter. Okay. Dann sehen wir uns. Dann sehen wir uns gleich mal. Und dann bin ich wieder mit einem 77er, 72er Signal. Entschuldigung. 72 Stunden. So, ihr seid wieder mit dabei. Wie gesagt. Ich mache es jetzt direkt von Anfang an. Sollten wieder zu viele Schrottfunde kommen, werde ich nur, ist ja klar, nur die guten Pfunde zeigen. Ihr habt nichts davon, wenn ihr dann, sag ich mal, einen Granatsplitter seht, so ein Stück Blei und Knöpfe, was weiß ich. Da habe ich auch keine Lust für das Ganze zu schneiden. Also wie gesagt, wenn nach diesem Pfund nichts Gutes kommt, kommen nur noch hinterher gute Pfunde in den Video. Aber so, bis dann, achtet, ne, bis dann, wir haben das ja gar nicht ausgegraben. So, 72. So, liegt da in diesem Teilbereich. So, wir wollen mal gucken, was das ist. Na? Na? Das ist so klein wieder. Hierbei. Na? Das ist wieder so klein, dass man suchen muss. Ja, hier ist es bei. Ach, Herr Jemen, ich fliege klein. Ach, nee. Okay. Ist der erste Volli. Von weh, ein Schrott. Okay. Nach dem, nach der Schnalle, direkt das zweite Signal, ein Volli. Okay. Das, äh, hofft auf mehr. Weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt hier ein Kartoffelacker. Ich mach mal so, ja, seht mich zwar nicht. So, genau. Das ist zwar ein Kartoffelacker. Aber ich glaube, ich bin heute der erste, der hier drauf ist. Der ist ziemlich weich. Ich sehe noch keine Fußabdrücke. Ja. Scheint, dass ich heute Glück habe, sie ja noch bei dem Film. Ich hoffe, für euch. Ja, klar, auch für mich. Klar, ich freue mich über jeden tollen Punkt. Aber auch für euch, dass ihr was vernünftig jetzt seht. Ja. Okay, wir sehen uns gleich beim nächsten Punkt. Ich muss nachher, tschüss. So, hier bin ich wieder mit einem nächsten Signal. Signal ist 64. Ja, ist auch gut. Ist sehr konstant. Aber ich denke mir mal, es wird ein kleineres Teil sein. Weil es kommt kein langes Signal. Ist das draußen? Ja. Oder ich vertue mich total. Aber ich glaube eher, das ist ein kleineres Teil. Ich hoffe, ihr versteht mich alle gut. Ich muss mich jetzt schon mal für die Windgeräusche entschuldigen. Es ist sehr windig heute hier. Und ich habe ja kein externes Mikrofon. Und wieder eine Münze, oder? Ich will es jetzt nicht verschreien. Ist das eine Münze oder so ein Knopf? Nee, ist der nächste. Oder? Nee, ist ein Knopf. Okay. Das wäre zu viel des Guten. Das sind die normalen komischen Knöpfe mit den vier Löchern. Also die, ja, hätte ich jetzt gedacht, wäre wieder ein Volli. Das wäre zu viel des Guten gewesen. Aber, na, tun wir mal weg. Was nicht ist, kann noch werden. Ich hoffe es ja. Also dann bis gleich. Dann bin ich wieder diesmal mit einem, ja, schwächeren Leitwerten, 50er Leitwerten. Normal ist das Aluminium. Ich hoffe, ihr könnt tören. Aber ich zeige es euch auch. 50,51. Genau in der Kante. Wird auch nicht tief liegen. Nehmen wir also nur die Kante ab. Oder? Nee. Ist draußen. Ach, ja, und es ist ein ganz kleiner, durchgeschossener Volli. Also durchgeschossen meine ich damit, der wird schon gut durchpatiniert sein. Der wird auch nicht mehr von der Substanz so gut sein. Aber ihr könnt es ja so sehen. Ja. Wie gesagt, in Reihenfolge jetzt die Funde. Ich kann es kaum glauben, ja. Ich werde dann auch wohl die sich alle Vollis, ich werde die Vollis dann auf einem Stück zeigen, glaube ich. Die ich dann gefunden habe, wenn es viele werden sollten. Ja. Oder machen wir zwei Filme draus, ich weiß es noch nicht. Mal schauen. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, hier habe ich wieder ein Signal. Ein 53er. Ich hoffe, ihr hört es. Oh Mann, ich bin total durchbentiert. Es ist so windig. Ich hoffe, dass ihr mich alle gut versteht. So, 52, 53. Hier, gar nicht mal so tief, denke ich mir mal. Oder? Ja, ist draußen. Aber ich muss euch sagen, das war eben, oder wie zuvor, wo ich gesagt habe, kommen nur gute Teile. Also, es gab bis jetzt immer nur Scheißteile. Also danach. Ach, und ich dachte, Scheißteile. Aber jetzt gelasset, Janslein. Ja, es ist ein Beschlag. Ja, der ist auch noch komplett. Ja, ein römischer Beschlag. Also, ich muss euch sagen, bis zu diesem Fund hier, habe ich bestimmt schon vor sieben oder acht Scheißteile wieder ausgegraben gehabt. Also, es kommen nicht nur gute Teile. Ja, wie gesagt, ich lasse hinterher nur noch die guten Teile drin. Und die Scheißteile, oder ich sag mal, Scheißteile darf man auch nicht sagen, waren Bleiteile zum größten Teil. Blei und Blech. Ja, die schneide ich wieder raus. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis später. Da bin ich wieder. Hier habe ich ein 70er Signal. 70. Ziemlich stabil. Hier können wir es sehen. Ich hoffe, man kann es auch gut sehen. Ich hoffe, dass er auch, dass alles hört. Also, es ist echt saumäßig windig. Hier oben, hier oben muss es bei sein, oder? Ja, also hier oben, hier in dem Bereich. Ja, Mensch, es ist... Ja, wir haben Herbst. Auch hier ist der angekommen. Ja, da sehe ich das schon. Ein Volli. Ja, komm weg. Ein Volli. Oder? Doch, ist ein Volli. Ein etwas dickerer. Aber ob da was drauf ist, kann ich noch nicht sagen. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis später. Da bin ich mal wieder. 30 Meter weiter. Das nächste Signal. 73er. So, schön laut. Draußen. Ja, draußen. Hier oben. Da sieht man das doch. Ja. Hier muss es auch wobei sein. Ja, und wieder ein Volli. Ja, eben habe ich mich beschwert. Ich glaube, man, ich muss mich mal öfters beschweren. So, dann sehen wir uns nachher beim nächsten Fund wieder. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Mit einem Signal von 66. Lautscht, navier. Ja, hier oben. Ja. So, dann sehen wir uns nachher. So, dann sehen wir uns nachher. Und dann sehen wir uns nachher. ist das so klein? Ne, ich sehe sie schon. Wieder ein Folly. Ja, besser als der Blei, was ich jetzt so vorgefunden habe. Also ich habe auch jede Menge Blei schon. Okay, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Pfund wieder. Bis nachher dann. So, hier bin ich bei einem weiteren Pfund. Pfund, Signal. Ein 87er Signal. Ich muss erstmal ein bisschen die Erde abziehen. Ja, 88. Du könntest sehen, ich war nämlich gerade eben noch mit Eisen. Wo ist das? Ja, ist weg. Ein 88er Signal auf jeden Fall. Diesmal könnte es ein Granatenschwetter sein tatsächlich. Na? Na? Bleibt auf 88. So, die Kamera. Wieder hoch. Die Rot ist nämlich eben ein Halter gebrochen. Na? Na. Zersparten jetzt so nah dran. Oder? Na? Oder? Signal weg. Ja. Oder? Nein, her. Na? Da. Okay, hier haben wir's. Hier dran. Schauen wir mal, was das ist. Ach, ey. Scheiß die Wand dann. Scheiß die Wand. Oh, und was für ein Dinar. Ey, schaut euch die Qualität. Oh, ich sehe da ja an das. Aber. Ey, das nennt man mal Qualität. Was für ein Sing. Ach, ich wollte erst sagen, was für scheiß Vollis. Aber, ja, gut. Nach den Vollis ein Dinar. Und in einer Top-Qualität. Kann man schon erkennen, was das ist. Also, ich würde sagen, Adrian oder Trajan. In einer Top-Qualität. Mensch, was für ein Glück. Ja, da freue ich mich drüber. Ach, wieder einen für meine Sammlung. Ein Top-Qualitäts-Dinar. Ja, okay. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Nach dem Film kommt ja meistens meine Funde. Und da seht ihr dann auch hinter hier rein. Ich werde da jetzt nicht dran gehen und nicht drüber rein. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So. Dumm gelaufen. Kamera nicht angehabt. Warum auch immer grad. Ja, da hab ich was gefunden. Und dann schreckt nochmal. Das ist ne mittelalterliche Bleiblombe. Ich zeig's euch mal. Ich stell mal einen Spat wieder hin. Schaut selber. Ist auch noch ziemlich gut erhalten. Ich muss erst mal gucken. Wartet das. Auf jeden Fall. Hier könnt ihr ja schon drauf erkennen, dass was drauf ist. Was es ist. Was es ist. Weiß ich nicht. Könnte so ja ne römische Bleiblombe sein. Ah, Mann. Ja, gut. Leider nicht als Fund beim Ausgraben, sondern hier vor der Kamera. Ja, ich werd's mal zu Hause sauber machen. Wie gesagt, könnte auch ne römische Bleiblombe sein. Ja, okay. So. Hier bin ich mal wieder. Hier hab ich das nächste Signal. Ein 54er. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Sehen. Auf jeden Fall. Ich muss die Kamera ein bisschen verbiegen, weil mir ist der Halter gebrochen. So. Ihr seid mit beim Ausgraben dabei. Ja. Hier neben dem Hauchen. Wo auch immer. Ja, ich glaub der Spaten ist zu nah. Ein bisschen weiter weg. Oder hier. Na. Doch. Hier oben. Ich muss noch mal ausmachen. Ich weiß nicht, wo das ist. Genau. Ne, da ist es. Hier oben. Da haben wir es. Was ist es? Äh. Ja. Ich glaube, es ist ein Anhänger. Erst mal den Pieper hier aus. Aber was für einer. Ja. Das wird auf jeden Fall was moderneres sein. Oder? Was soll da jetzt auch nicht drüber rein, wenn das nämlich nicht ist. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Anhänger. Wir tun das mal in das Coinpad rein. Ihr werdet es hinterher sehen. Ist auf jeden Fall komplett und sieht schön aus. Okay. Okay. Dann bis zum nächsten Fund. Hier bin ich wieder mal. Ein weiteres Signal. Ein 68er. Ja. Direkt vor dem Ziegel. Oder unter dem Ziegel. Nehmen wir das mal so raus. Oder? Ja. Ja. Aus. Ich stehe jetzt schon. Ist ein Volli. Oder? Ja. Ist ein Knopf. Er ist ein Volli. Der könnte so ja noch was richtig gut werden. Könnte richtig gut werden. Ja. Könnte was werden. Ja. Vorne könnte man auch. Also einigermaßen kann ich noch den Kopf erkennen. Okay. Ihr werdet es ja alles nach dem Reinigen sehen. Bis später. So. Hier bin ich wieder. Ja. Der nächste Signal. Ein 57er. Und ich glaube ich brauche auch gar nicht zu graben. Jetzt im Schatten sieht man es. Im Neuschnitt. Ich glaube da liegt ein Volli. Ja. Und so ist es auch. Oberhalb auf. Der nächste Volli. Ja. Hier dran sieht man das hat ein Oberflächenfund ist. Ziemlich ausgetrocknet unten wo angeklebt ist. Also wird es nichts werden mehr denke ich mir mal. Der wird wohl hin sein. Das sehe ich mal erst nach dem Reinigen. Aber wieder eine Münze. Ich glaube heute habe ich den richtigen Lauf gefunden. Okay. Bis daher. Hier bin ich wieder. Und hier habe ich mein 76er Signal. Ziemlich laut. So. Vor der Kartoffel oder hinter der Kartoffel. Ja. Bei der Kartoffel. Doch. Ich hoffe. Ach. Ihr seid gut im Bilde. Na. Ja. Ok. Ja. Ich mein ja. Erstmal aus. Wird wieder ein Volli sein. Oder? Noch ein Diener. Oh bitte. Kann er jetzt nicht sein oder? Was wäre es? Na. Ich schreibe jetzt darüber. Nur weil ich genauso neu bin wie ihr vielleicht seid. Weil es da hell raus. Aber ich glaube das ist ein Volli. Also wenn was anderes ist. Also wenn was anderes ist. Werdet ihr jetzt nach dem Rheinigen erfahren. Ok. Bis dann. Hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Im nächsten Signal. Im 77er. Genau an der Flugkante hier. Oder an der Flugschar. Unter dem roten Ziegel. Oder? Würde in dem Knubbel noch sein. So denke ich mal. Hier in dem Knubbel hier. Ja. Ja. Ist rausgefallen. Ja. Ist eine Münze. Oder? Ja. Erstmal aus. Ich denke mir mal. Wird ein Volli sein. Oder? Ja. 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 Oder es hat einen Kälte. Ich werde nur gelockt. Ah Leute. Heute ist. Heute habe ich einen Lauf. den habe ich seit vielen Monaten nicht mehr. Es ist eine Kälte. Ich werde. Ich raste aus. Heute raste ich mal aus. Ist das eine Kälte? Ja. Ey. Ey. Wenn ich euch jetzt sage. Wartet von Kälten. Also ich habe schon viele Kälten gefunden. Und davon habe ich auch eine gefunden. Und ich glaube. Zu wissen. Dass es ein bronzenes Tanzmännchen ist. Also. Ich muss es mal in den Mund nehmen. Oder? Oder erzähle ich ja. Scheiße. Ich weiß es nicht. Ich meine ja. Also es ist ein bronzenes Tanzmännchen glaube ich. Also. Könnt ihr mal die Literatur nachgucken. So viele gibt es nicht davon. Ich glaube. So häufig sind die nicht. Ey. Heute ist mein Tag. Ich wollte eigentlich schon nach Hause fahren. Aber nein. Ich werde noch was bleiben. Bis später dann. So. Hier bin ich wieder. Hier habe ich einen Volli da oben auflag. Den ich als sonst erst gar nicht erkannt hatte. Ja. Gegraben habe ich da nicht nach. Wie gesagt. Ich wollte es euch nur zeigen. Okay. Dann bis zum nächsten Fund. So. Da bin ich wieder. Ein 62er Signal. Ich hoffe ihr könnt es hören. Sehen auf jeden Fall jetzt. So. So. Rauschen. Ja. So. Nehmen wir auf und hier. Ja. Ich sehe sie. Wieder ein Volli. Ja. Okay. Dann bis zum nächsten Fund. So. Hier bin ich wieder. mit einem 72er Signal. Schön stabil. Von allen Seiten. Da ist es. Ja. Da ist es. Hier oben ist es. Wobei. Hier ist auch ein Eisenzell noch. Opa. Ja. Eisen. Aber jetzt wollen wir mal hergucken. Ja. Ich glaube ich habe sie. Wieder ein Volli. So denke ich. Oder? Knopf nicht? Nein. Ist kein Knopf. Nein. Nein. Wieder ein Volli. Okay. Dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis nachher. So. Hier bin ich wieder. Ab das nächste Signal. 69. Laut. Bauch nicht tief. So. Muss jetzt hier oben auch wobei sein. Okay. Macht das Spaß damit verketchen. Muss jetzt hier oben auch wobei sein. Ja. Und wieder ein Volli. Ihr seht dann. Ja. Heute ist wirklich mein Tag. Okay. Wir sehen uns nachher wieder. So. Da bin ich nochmal. Das ist hier jetzt mein letztes Signal. Bei allen 61. Signal. Ich hoffe ihr könnt es hören. Auch hier sehen. Oh. Ich bin eigentlich heute platt. Ich bin viel gelaufen. Viel gefunden. So. Muss hier oben bei sein. In dem Haufen. So. 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 Und ich glaube das ist jetzt auch mein letzter Punkt. Wenn ihr von mir nichts mehr hört. Kommt nachher die Abmoderation. und das war's dann für heute. Also eventuell noch ein, aber ich glaube nicht. Bis dann. So, hier habe ich noch ein Signal. Ich war auf dem Weg zum Auto. Wollen wir mal gucken, was das noch ist. 62. Noch ein Volli. Auf dem Weg zum Auto und ich bin schon ein ganzes Stück aus der Streuung wieder raus. Okay, ich werde jetzt noch die Signale mitnehmen, die bis zum Auto sind und dann ist Schluss. So, liebe Leute, der Dach hat ein Ende gefunden. Ich bin bei der Abmoderation. Ich werde euch heute mal vorab zeigen, was ich alles gefunden habe. Und ja, dann ist das Video am Ende. Ich bin aber am überlegen, weil es so viel ist, da draußen zwei Teile zu machen. Aber, schaut mal selber. So, jetzt gehen wir erstmal zu den Schrottfunden. So, die Schrottfunde sind jetzt hier. Das muss ich sagen, hat sich zum Glück alles ein bisschen im Rahmen gehalten. Das ist zwar viel Kleinzeug, aber jetzt ist es nicht so viel Blei. Ja, viel Blei. Ich muss echt sagen, Granatsplitter, ich glaube nur zwei oder drei Stück, aber der Rest ist alles klein. So, jetzt kommen wir dann direkt zu den guten Pfunden. Heute Morgen hat es angefangen mit dieser kleinen Schnalle und jetzt zählen wir mal die Vollis. Also, ein Volli, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, neun, elf, drei, sechs, vierzehn, fünfzehn, fünfzehn. Einen Sehnach. Ja, jetzt ist dann die Frage, ist das mittelalterliche Blombe oder eine Röbische, das weiß ich noch nicht. Ich denke mir mal, das wird hier so ein christlicher Anhänger wieder sein. Und der Beschlag. Also habe ich insgesamt gut gefunden, würde ich sagen. So, bei der Vielzahl an Münzen ist natürlich die Frage an den Teilen, mache ich da draus einen Film oder zwei Filme. Mache ich da einen Film drauf, wird der wieder zu lang und wird nur vorgeschrieben. Aber, das überlege ich mir. Also, Leute. Ja, wie gesagt, der Tag hat ein Ende. Noch mal ein Gruß an meinen Sponsor, Jochen Reifenrath von www.abenteuer-schatzung.de. Ein Gruß an euch, die ihr immer so fleißig meine Videos schaut. Ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, das Video wird nicht zeitnah kommen. Ich denke mir mal, das wird ein Januar-Februar-Video werden, weil ich noch so viele Vorlaufvideos habe. Also, habt euch wohl. Ich wünsche dir besonders viel Glück bei deiner nächsten Suche. Euch viel Glück bei der nächsten Suche. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also, bis dann, euer Markus. Ciao. 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 Ciao.